Ja, moin, mein Name ist Nils Nübel. Heute sind wir in dem Vortrag Joomlautainment Blade Extended. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist leider so eine kleine Slide-Präsentation. Also ich werde heute sehr, sehr viel Code zeigen. Alles das, was wir heute machen, habe ich nachher auf GitHub hochgeladen. Das heißt, alles das, was ich heute zeige, könnt ihr euch runterladen und selber für eure Deployments, für eure Entwicklung verwenden. Ja, den Slide weiß ich nicht, ob ich den hochlade. Das wäre der erste Link, aber kann ich nachher nochmal twittern. Meine Lösung hier ist jetzt nicht die allgemeine Lösung, sondern das ist einfach so, wie wir das im Unternehmen machen, wie wir Kundenprojekte halt einfach bei uns aufsetzen, wie wir mit mehreren Leuten daran arbeiten können. Und das wollte ich einmal zeigen. Ja, die Backend-Test ist egal. Wir machen heute einmal, bespreche ich den Projektaufbau, wie wir Projekte aufbauen, wie wir lokal unsere Rechner hier eingerichtet haben, wie wir lokal einfach entwickeln und testen können. Ihr braucht NPN dafür. Dann zeige ich, wie wir Webpack einrichten und mit Webpack SAS-Dateien kombinieren zu CSS. Wie wir FAV-Icons generieren, wie wir JavaScript-Dateien generieren, dann zeige ich einmal Lighthouse. Wem ist Lighthouse ein Begriff? Keiner? Einer. Also Lighthouse ist ein Tool von Google, womit man Performance-Tests, SEO-Tests, Accessibility-Tests machen kann. Das Ganze funktioniert eigentlich im Browser. Mit NPN kann man das auch in der Kommandozeile machen, in seinem Deployment-Prozess einbauen und Sachen einfach im Deployment-Prozess testen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Git-Commit mache, sage ich, okay, bevor du das Ding hier überhaupt ausführst, den Git-Commit, prüfst du einmal, ob ich einen bestimmten Wert unterschritten habe und dann lässt du den Commit nicht zu, weil irgendjemand muss da eben halt an Hand anlegen, weil wir meinetwegen irgendwie zu viele JavaScript-Dateien oder sowas drin haben. Und am Ende zeige ich nachher ganz kurz, wie wir mit GitHub-Action von hier, von unserem Rechner, das auf die Live-Seite hochziehen. Das ist relativ neu. GitHub-Actions habe ich jetzt gestern mich oder vorgestern da hingesetzt. Ja, Skills. Ihr solltet natürlich XML, HTML, CSS, PHP können. Webpack-Bubble solltet ihr auch, müsst ihr nicht können. Wenn ihr das hier nehmt, dann ist es schon fertig. Sass-CSS solltet ihr schreiben. Ja, wir haben hier im Hintergrund, haben wir hier, wer das hier erkennt, WordPress und das braucht ihr aber nicht können. Ja, fangen wir mal an. Ich mache das hier mal ein bisschen größer, gehen in den Präsentationsmodus. Ich werde jetzt nicht alles einzeln schreiben, erneut erschreiben, weil ich glaube, dann komme ich mit der Zeit einfach nicht hin. Sondern wir gehen die einzelnen Sachen mal durch. Also, wie kriege ich denn jetzt hier meinen Projektstruktur-Ordner hier angezeigt? Präsentationsmodus. Beenden. Danke. Was hat er denn jetzt gemacht? Sorry. Das ist das falsche Projekt. Das wollte ich zeigen. Projektordner aufmachen. Danke. Präsentationsmodus. Welcher Shortcut ist das? Nicht 7, sondern, Marco, weißt du die Nummer für Projektordner anzeigen lassen? Für im PHP Storm ist das die 9, die 8? Ja. Die 1. So. Es wundert mich gerade, warum ich, wenn ich hier reingehe, im Präsentationsmodus, warum er dann den Ordner schließt. Also, ich drücke jetzt die 1, dann haben wir die Struktur und dann könnt ihr das nämlich auch einigermaßen lesen. Und dann gehen wir mal die Dateien durch. Also, wenn wir ein Projekt anlegen, dann habe ich auf meinem Mac-Rechner einen Development-Ordner, einen Kicktemp-Ordner und alles, was in dem Kicktemp-Ordner, also Kicktemp heißt die Firma, die mir gehört und der Stefan, und alles, was wir in den Ordner reinpacken, der Ordnername ist dann die URL. Ich weiß nicht, wer von René aus Holland dieses Setup für Mac benutzt, also das benutzen wir. Und da ist es halt, wenn wir diesen Ordnernamen in den Browser eingeben und geben dann am Ende .kick oder dev oder local irgendwie ein, dev sollte man nicht mehr verwenden, aber dev local, dann wird das automatisch aufgelöst. Und er springt hier dann in den Dist-Ordner und da ist eigentlich das Web-Rot-Fenster, wo die Joomla-Installation ist. Wenn wir ein neues Projekt starten, dann haben wir, ja, ich erzähle das mal oben durch. Also, ich habe hier, das Ding ist versioniert, wir haben hier einen Git-Ordner, den habe ich freigeschaltet, dass man den mal sieht. GitHub, der Punkt GitHub-Ordner ist für GitHub-Actions, das zeige ich nachher. Der Dist-Ordner ist unsere Joomla-Installation, wo unsere ganzen Joomla-Files drin liegen. Das Node-Modules kommt nachher aus der Package-JSON, wenn wir NPN-Install machen. Der Reports-Ordner wird von Lighthouse angelegt. Da drin sind eine HTML-Datei, ein JSON und eine Text-Datei, wo die jeweiligen Werte drin liegen. Die Script-Ordner ist ein Script, was ich mal geschrieben habe. Das packe ich mir in die Projekte rein, dann kann ich über ein Terminal sagen, npn-run-install-joomla oder sowas. Und dann wird dieses Script ausgeführt, der geht nämlich auf eine bestimmte Downloads-API-URL, holt sich die letzten CMS-Versionen raus und lädt das ganze Ding runter, legt mir einen Dia-Ordner an und entpackt mir das alles da rein. Dann brauche ich nicht irgendwie mit wget oder mir das eine ZIP-Datei runterlegen, sondern ich klone mir mein Blank-Template, was wir in GitHub gelegt haben, lege das rein, sage npn-install und dann habe ich einen Joomla, womit ich anfangen kann. Das hier ist der wichtigste Ordner, der Source-Ordner. Das ist auch der, der versioniert wird. Da haben wir eine bestimmte Struktur angelegt, mit der wir einfach arbeiten. In Fonts kommen eben halt die Schriften rein. Der Framework-Ordner ist unser Framework für SAS-Geschichten. Da werden Textgeschichten generiert. Wir haben verschiedene Methoden, um Farben abzurufen und so weiter. Das braucht ihr jetzt nicht unbedingt benutzen. Ihr könnt auch euer eigenen Aufbau für SAS benutzen. Da komme ich gleich zu. Icons, das benutzen wir nachher mit Webpack. Da befindet sich ein Fav-Icon von uns in einer bestimmten Größe und aus diesem Fav-Icon generieren wir im Deployment-Prozess mehrere Auflösungen für die jeweiligen Devices. Da wird ein JSON angelegt, ein Manifast-JSON. Hätte ich auch gemacht. In Images haben wir einen netten Ordner. Das ist der Vector-Sprite-Ordner. Da können wir ganz viele SVGs reinlegen und aus diesen SVGs wird eine einzelne Datei angelegt und die bindet man nur noch ein und dann erhalten die jeweilig immer so ein... Man kann sich das vorstellen wie so eine Anker-Navigations-Geschichte, wo man einfach sagt Slash und dann den Ankerpunkt und dann wird das SVG ausgegeben. Ich weiß nicht, ob ihr von früher PNGs dieses Sprite, so ein Image-Sprite kennt, wo ganz viele Sachen auf diesem Image waren, was man nur einmal lädt, weil man früher immer so... Ich sag mal so das HTML-2-Version, wo man irgendwie so diese alten Glas-Buttons hatte und wenn man da rüber gefahren ist, dann hat es ein bisschen gedauert, weil das Bild nachgeladen worden ist. Das konnte man durch dann so ein Sprite-Image dann manipulieren. Das haben wir mit SVGs gemacht. Das wird dann... Das macht aber Webpack alles automatisch im Deployment-Prozess. Also es ist einfach... Genau. Beziehungsweise in dem JavaScript, je nachdem. Ja, unser JavaScript-Ordner, das ist das, wo wir unser JavaScript nachher reinschreiben können. In die Datei gehe ich nachher rein. Und der Struktur-Ordner, das wird viele Komponentenentwickler oder sowas hier vielleicht gerne interessieren, das ist die gleiche Struktur, die wir nachher in dem Dist-Ordner haben. Ja, da habe ich ein Plugins-Ordner mit System, dann habe ich hier mein Template drinne und das sind die Sachen, wo wir eigentlich nur noch drinne arbeiten, wo wir unsere Änderungen drinne machen und wenn ich da eine Änderung mache, kriegt Webpack das mit und automatisch werden die Änderungen immer in den Dist-Ordner geschoben. Und der Browser-Fenster aktualisiert sich dann. Dann haben wir hier noch den Styles-Ordner und der Styles-Ordner, da habe ich hier eine Style-CSS, die dann sozusagen geladen wird. Dann sage ich hier, ich habe eine Loader und da sage ich dann, was ich brauche. Das ist so unser Aufbau, wie wir Sachen halt schreiben, ein bisschen mehr ist da drinne und am Ende habe ich dann Application, da geht er dann hier halt rein und lebt mir, ich weiß nicht, wer das kennt, BEM, BEM, ja genau, also so haben wir unsere Struktur als aufgebaut und könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Dann haben wir für Web-Performance in unserem Blank-Template eine HT-Access drinne, wo wir standardmäßig oben die Standard-Joomler-Geschichte drinne haben und unten haben wir für unsere Server und sowas eine Optimierungsgeschichte drinne, wo wir auch noch festlegen, wie was gerendert werden soll. Unten wird die Cache-Dauer von den einzelnen Dateien festgelegt, weil da Lighthouse und PageSpeed Insight auch immer gerne mal rummeckert, wenn man das nicht mitgibt, dass irgendwie, keine Ahnung, CSS-Dateien nicht gecached werden oder Images, dass da irgendwie nur 30 Tage irgendwie festgesetzt wird. Deswegen haben wir hier eine Best-Practice-HT-Access-Geschichte, wo wir sagen, okay, ein JPEG, das soll einen Monat gecached werden. Man kann ja in dem HTTP-Header mitgeben, wie lange der Browser ein Image cachen soll und wenn du nach einem Monat die Webseite wieder aufrufst, dann holt die Webseite das nicht aus dem Cache, sondern wieder vom Server. Das kann man hiermit festlegen. Die Index-PHP, das ist leider ein bisschen ein Webpack geschuldet, liegt einfach daran, wenn wir uns Webpack gleich angucken, wird diese Index-PHP in den Dist-Ordner nachher rein kopiert und mein CSS und mein JavaScript, was ich mit Webpack generiere, wird hier in diese Datei injected. In den Bildprozess, weil jedes Mal, wenn ein Webpack durchläuft, wird ein Hash generiert, dann heißt die Datei, was weiß ich, je nachdem, wie man das haben möchte, App CSS und ein Hash-Wert hinten dran, weil dann hat man den Vorteil, dass die Datei nicht aus dem Cache kommt, sondern wenn das Bildprozess einmal durchgelaufen ist, hat die Datei wieder einen neuen Hash-Wert und ich muss mich nicht irgendwie drum kümmern mit irgendwie Fragezeichen Version 1, 2, 3, dass die Datei für Leute, die auf unserer Webseite schon mal drauf waren, dass sie das neue CSS bekommen. Ja, wenn wir einfach mal so starten, dann ist das Wichtigste erstmal unsere Package-Chasing und wenn wir uns die mal angucken, dann gebe ich dir einen Namen, Versionsnummer, eine Beschreibung, das Main muss man nicht sagen, das hier sind nachher so Sachen, die wir ausführen. Ja, ein Contributor, welche Lizenz ist das, unter welchem Repository läuft das, das brauchen wir nachher für Bubble und hier sind unsere Dependencies drin, also was benötigen wir in unserem Bildprozess, was wird runtergeladen, da haben wir dann einen Copy-Prozess etc. Und das Wichtigste, was wir haben, das ist, da passiert eigentlich die Magic, das ist das Webpack-Config-Bubble.js und das gehen wir einmal, das kann man einigermaßen lesen, das gehen wir einmal oben durch, wir importen uns erstmal den Pass, weil wir hier in Zeile 13 und 14 sagen, schreiben wir uns den absoluten Pfad erstmal in Variablen, also distdir und sourcedir, Node-Modules wird hier im Moment nicht verwendet irgendwo in unserem Bildprozess, aber das speichere ich auch gerne nochmal durch, dann prüfe ich, man kann hier in der Package-JSON oben hier in den Skripten, werden hier, wenn ich jetzt Webpack ausführe, D steht für Development und P steht eben halt für Productive, also für den Produktiv-Modus, das was nachher ausgeführt werden soll, wenn die Webseite deployed wird. und diese Variablen kann man sich hier eben reinschreiben lassen, in der Endvariable und dann wird hier überprüft, okay, bin ich im Produktionsmodus, also ist meine Endvariable Production, dann setze ich Minify auf True, weil dann will ich alles das, was ich generiere, CSS, JavaScript, will ich dann minifizieren und bin ich im Development-Modus, will ich ein Source-Map haben. Ein Source-Map ist das jedem ein Begriff, wenn man SAS-Files oder sowas schreibt und ein CSS generiert wird und man ist lokal und entwickelt, dann steht normalerweise die fertig generierte CSS-Datei mit den Zeilnummern und jetzt will man irgendwie mal was ändern, dann ist der Vorteil, wenn man eine Source-Map hat im lokalen Entwicklungsmodus, dass er anzeigt, in welchen SAS-Dateien stehen überhaupt die Sachen, die da jetzt gerade angezeigt werden. Dann ist es für mich wesentlich einfacher, da durchzusteigen. Wenn wir mit Webpack eben halt anfangen, dann müssen wir erstmal sagen, okay, was sind unsere Entry-Points, also das, was soll ich überhaupt erstmal einlesen, was will ich überhaupt machen? Kennt ihr da überhaupt Webpack? Ne, ne? Also, ja. Webpack ist ja so ein Modul-Bundler, wo du mehrere Sachen, die du verwendest, in eine zusammenbündeln kannst und damit er weiß, was er zusammenbündeln soll. Wie bitte? Ja, also das ist schwer, aber das wäre jetzt, aber für euch erstmal, ich sage, wie bitte? Sag ja. Ja. Ich sage einmal hier, okay, ich habe hier eine SAS-Datei, das ist unsere Einstiegsdatei für das Styling, die haben wir hier in unserem Source-Ordner drin, also den Ordner habe ich ja hier oben schon mal festgelegt, der sagt, okay, hier im dir-Verzeichnis, in dem Source, gehst du in Styles und da haben wir eine Styles-SAS, die Datei wird genommen und aus der generieren wir dann unser fertiges CSS und dann haben wir die Main.js, ja, die haben wir hier in JS und da schreiben wir unser JavaScript-Code rein. Okay, dann haben wir unser Dev-Tool, wo wir sagen, okay, soll ich ein Source-Map anlegen? Ja, nein. Dann machst du das oder setzt die Variable auf undefiniert und dann kommt das Wichtigste, wir müssen Webpack sagen, wenn du auf die Dateien triffst, was soll es überhaupt mit denen machen? Triffst du auf eine JavaScript-Datei, lädst du die durch einen Bubble-Loader, du exkludierst eben halt die, also du gehst nicht in den Node-Modules-Ordner mit rein. Was man auch machen kann, man kann hier noch ein Statement mitgeben, wie zum Beispiel, bevor du überhaupt irgendwas gerenderst, dann kann man denen sagen, pre, bevor du was renderst, kannst du Tests durchführen, Style-Lint, du kannst erst mal sagen, okay, das mache ich jetzt hier nicht, weil das ist dann echt blöd, aber du kannst auch Style-Lint-Sachen mit reinsetzen und kannst sagen, bevor du irgendwas kombinierst, prüfe erst mal den Code, den ich geschrieben habe, ob der überhaupt richtig ist und so wie er sein soll und wenn nicht, dann gibst du mir eine Fehlermeldung aus. Dann haben wir hier SAS, da sagen wir hier erst mal auch wieder, das ist dieses Hot-Module-Reloader, das ist dafür da, dass wenn ich eine CSS-Datei verändere, dass mein Webbrowser sich automatisch aktualisiert im Deployment-Prozess. Dann habe ich hier Plugins, wo ich dann, das ist auch das wichtigste, da sage ich zum Beispiel hier, KIK, also Clean Webpack-Plugin, das benutzt man, um Ordner-Inhalte zu löschen, weil jedes Mal, wenn wir irgendwie eine CSS-Datei oder sowas generieren, habe ich vorhin ja schon erzählt, kriegt die ja immer einen neuen Hash-Wert und ich will ja nicht nachher irgendwie in meinem Deployment-Prozess einen Ordner haben mit, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie 20.000 Deployments da geschrieben habe und komm mit, dann habe ich 20.000 verschiedene CSS-Dateien da drin. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen räumen wir die Sachen, wo generische Sachen drin sind, die im Deployment-Prozess generiert werden, räumen wir immer vorher einmal auf. Das Ding wird immer ausgeführt, bevor er überhaupt irgendwas generiert. Das Minify, ja, der sagt dann, okay, in dem Ordner KIKTEMP-Assets, da landet unsere CSS-Datei, löschst du, minifizierst du die CSS-Datei. Hier in diesem Live-Reload sage ich, okay, alles das, was hier in der URL ist, aktualisierst du. Mit dem Webpack ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. In der Index-PAP sage ich hier, das ist unser Template und wenn du das Template nimmst, schiebst du das nachher in den KIKTEMP-Ordner, das ist so heißt, unser Template und da schiebst du die Index-Datei hin rein. In dem Copy-Prozess, das ist für viele vielleicht ganz interessant, auch für David und für Marco, da sage ich einfach hier in dem Copy-Webpack-File, sage ich hier, du kopierst jetzt, wenn du da durchläufst, kopierst du von Source-Ordner in den Dist-Ordner die HTS-Test-Datei, kann die umbenennen und hier habe ich schon mal Sachen auskommentiert, wenn man Komponenten entwickelt, wenn man Language-File bearbeitet, wenn man Media-Dateien öffnet, Module bearbeitet, etc. kann man sich das hier auskommentieren und dann wird das mit reingenommen und dann habe ich ja hier meine Ordnerstruktur und könnte jetzt hier einen Media-Ordner, einen Administrations-Ordner anlegen, etc. und jedes Mal, wenn ich eine Änderung mache, wird das dann immer automatisch in den Dist-Ordner rüberkopiert, mein Web-Fenster wird automatisch aktualisiert, ich muss nicht F5 drücken, sondern habe einfach zwei Monitore, verändere was, andauernd wird es rüberkopiert und genau. Dann, ja, Webpackbar, Faf-Icon wird generiert, wo ich sage, okay, hier habe ich ein Faf-Icon, das brauchst du da und da hin und wir gucken uns jetzt mal an, was dabei hinten rauskommt. Wir gehen jetzt hier in den Dist-Ordner, löschen mal spaßeshalber unseren kompletten Kick-Temp-Ordner, das ist ja mein Template, das lösche ich jetzt einfach mal und wenn wir jetzt mal, ich gehe mal aus dem Präsentationsmodus raus, glaube ich, weil das kann ich sonst so schlecht zeigen, wenn man jetzt hier PHP-Storm hat, ich glaube, ich habe mir so einen Shortcut hier angelegt, womit ich, ja, danke, die Lupen-Funktion ist jetzt zwar ein bisschen bekloppt, aber egal, wenn ich so ein Package-File habe, wer arbeitet mit PHP-Storm? Okay. Kann ich so einen Rechtsklick hier drauf machen und kann sagen, okay, show me, also show NPN-Skripts, das sind die Sachen, die wir hier in der Package-Daisen oben deklariert haben, warum kann ich jetzt hier nicht hochzoomen, da, genau, also hier, da sind auch so grüne Pfeile, ich kann die auch von hier aus durch abfeuern, ich kann mir aber auch, wenn ich hier unten hinzugehe, NPN, dann kriege ich die hier nochmal aufgelistet. So, und wenn ich jetzt hier auf diesen Ordner klicke für Build Product, dann läuft das Ding hier unten los, generiert mir jetzt, also er kopiert mir jetzt mal den ganzen Sachen rüber, er kopiert mir, er generiert mein CSS, er generiert mein JavaScript und hat jetzt das Ganze hier in mein Dist Ordner wieder rein kopiert. Ich muss den Zoom-Faktor mal hier kurz ein bisschen ausstellen, muss hier mal kurz mal was zeigen. Wir gucken uns jetzt mal spaßelhalber einmal hier die Index-PHP an, das ist die, was unser Template war und jetzt gucken wir uns mal an, die Index-PHP, die er eben gerade geöffnet hat, äh, die er generiert hat. Und wenn wir die miteinander mal vergleichen, ich mache hier mal Split, kann dann hier glaube ich hier so reinzoomen, dann haben wir jetzt beides diese Dateien hier und Webpack macht jetzt folgendes, er guckt, das ist unser, das ist unser Rolling Links und das hier ist das, was generiert worden ist, der guckt jetzt da rein, Quatsch, warte, Augenblick, sorry, ich muss hier unten in den Rolling rein klicken, da, das ist, genau, sorry, ähm, wo ist die Datei, genau, ähm, das ist unser Ursprung, wo wir gesagt haben, das ist das Template, was du nimmst und Webpack macht jetzt folgendes, der guckt hier nach der Head-Geschichte und nach dem Body und injectet jetzt hier sozusagen, ähm, mein FAF-Icon erstmal, was er generiert hat, die ganze Schose, also das sieht man ja jetzt hier und ganz am Ende müsste glaube ich unser CSS irgendwo hier liegen, ja, das hat er jetzt da reingehauen und unten hat er uns das JavaScript, was wir generiert haben, reingesetzt und das liegt im Distort dann drinnen und wenn ich jetzt wieder mal spaßeshalber nicht den Produktionsmodus, sondern den Dev-Modus aufmache, dann habe ich so einen Watcher, ich weiß nicht, ob ihr mit Browser Sync aus der GALB-Welt oder sowas kommt, und man kann sagen, wenn ich irgendwas verändere, läuft der Prozess wieder durch und das können wir uns jetzt hier mal angucken, wenn ich jetzt hier spaßeshalber einfach mal in das JavaScript ein Alert reinschreibe und sage Test, oh Gott, hallo, so, und drücke jetzt, also mal das Fenster hier beobachten, hier einmal ganz kurz den Hash-Wert im Auge behalten, 6E6, so, jetzt drücke ich hier, Command-S, dann läuft hier, hat man das eben gerade gesehen, läuft der ganze Bild-Prozess nochmal kurz durch, wir sehen hier auch den Hash-Wert, den er generiert hat und hier an der Seite müsste er, wenn ich, ich weiß nicht, wie schnell er das wieder, wie schnell er refreshed, müsste er jetzt eigentlich, ich schließe die Datei und öffne die Datei nochmal, normalerweise müsste dort jetzt nämlich stehen, 0, 9, dd oder, oder hier unten c1, irgendwas müsste da unten stehen, ich öffne die Datei nochmal ganz kurz, na komm, zack, ja, weil, weil die, das Icon und so, habe ich ja nicht manipuliert, er guckt, er, er erstellt immer nur von dem ein Hash, was ich verändert habe, die CSS bleibt gleich und aber man sieht jetzt hier in der JavaScript-Datei haben wir nicht 6E6, sondern C21 und das Schöne ist jetzt an der Geschichte, wenn ich jetzt die Webseite im, im Frontend mal aufrufe, ich weiß gar nicht, wie, wie habe ich den Ordner genannt, j, ja genau, jd19, genau, da ist es, dann habe ich da jetzt einen Alert-Test und wenn ich jetzt im Browser hier schnell mal da reingehe und jetzt hier wieder reinschreibe, seht ihr das? Ich habe kein, also ich habe, sorry, ich habe kein F5 gedrückt, ich habe nur das Browserfenster verändert, das können wir auch nochmal schnell hier mal so zeigen, indem wir das mal hier rüberschieben und da mal hingehen, und ich jetzt hier was anderes reinschreibe, ich schreibe hier Kiki rein, ja, dann aktualisiert er das automatisch, ich könnte jetzt auch hier in meinen, meinen Sass-Ordner, das ist halt das Schöne im Deployment-Prozess, ich kann jetzt hier auch einfach hingehen und sagen, mein Style, ich habe hier so eine Setup-Geschichte und könnte jetzt sagen, okay, meine Main-Color, die ich verwende, die ist jetzt, was weiß ich, rot, dann wird CSS generiert, Kiki, zack, und dann ist mein Template rot, und so arbeiten wir, also das ist halt einfach, das ist unser Setup, wir generieren damit unseren ganzen JavaScript-Code, unsere Template-Struktur, die wir aufbauen, ist halt einfach, du hast halt einen HTML-Ordner, das sind unsere Overrides, die wir ständig brauchen für irgendwelche Sachen, wir haben einen Image-Ordner, wo unser SVG-Logo für die Firma oder was auch immer da drin ist, dann haben wir, das Kik-CCK ist was anderes, das hat euch jetzt nicht zu interessieren, aber man hat ganz normal seine Template-Detail-XML, brauche ich euch jetzt, glaube ich, nicht detailliert irgendwie erklären, das Einzige, was wir hier machen, ist, wir haben hier eine Layout-Geschichte, weil, was wir ab und zu mal machen wollen, ist, wir legen eine Template-Kopie an und brauchen einen anderen HTML-Aufbau, wir brauchen vielleicht zwar das gleiche CSS, aber wir brauchen einen anderen HTML-Aufbau, dann können wir hier in den TPL-Ordner, haben wir eine Default-PHP, die standardmäßig immer genommen wird, aber ich kann da auch andere reinklatschen und dann kann ich einfach in der Template-Kopie über die Config eine andere benutzen und das sieht man hier an der Stelle, hier machen wir ein Required-Once, da wird dann unser Layout reingerendert, wir speichern uns das hier oben, ist natürlich für euch jetzt echt ein bisschen klein, aber was wir machen in unserer Index-PHP, ist, dass wir hier unser Layout aus dem Template-Params dann rausziehen, standardmäßig setzen wir das auf Default, genau und das Schöne ist, was wir jetzt machen können, jetzt kommt nämlich der, jetzt kommt der Spaß an der ganzen Geschichte, wir schließen jetzt mal alle Tabs und das ist eigentlich das, womit ihr starten könnt, ihr habt, ihr müsst, wenn ihr euch das reinzieht, müsst ihr halt, ihr lädt unser GitHub, ihr klont das GitHub-Repo in euren Ordner, dann könnt ihr mit npm install alle Dependencies installieren und dann habt ihr alles das, was jetzt hier gerade passiert, das ganze Yes, das ganze Kopierprozess, den ganzen JavaScript-Kram, das habt ihr alles, ihr habt die Struktur da drinne und das Schöne ist halt auch echt, ich kann jetzt auch hier an den Plugins und sowas arbeiten, ich könnte jetzt hier, weiß ich jetzt nicht, wir können einfach mal hier kurz, spaßeshalber mal kurz was machen, wenn ich jetzt hier in dem Template, ich mache mir mal eine neue Zeile, ist jetzt blöd, aber selbst wenn ich jetzt hier an dem Template irgendwas verändere und speichern drücke, dann läuft, ich habe noch nicht speichern gedrückt, mache es jetzt, dann läuft mein Prozess wieder durch und refresh wieder mein Fenster, weil wenn man jetzt Browser Sync oder sowas benutzt, von den früheren Wegen funktioniert das nur, wenn man JavaScript oder CSS macht, aber wenn ich jetzt irgendwie Komponenten oder sowas schreibe und will jetzt, dass die da sich andauernd aktualisiert, ich will das ja nicht immer, das kann ja mal sein, dass ich irgendwo im Hintergrund mal im Backend was teste oder eine RESTful-RPI schreibe, dann muss ich natürlich irgendwie mein Hot Reload muss ich dann ausschalten, das ist dann halt einfach so, dann muss ich das Ding einmal kurz hier rechts abbrechen, gehe in meine Webpack-Datei und kommentiere mir mein Live Reload Plugin halt aus, dann refresht das Browserfenster nicht, aber er kopiert mir andauernd die Sachen mit rüber, aber das nur mal so am Rande. Was ich jetzt machen kann, es gibt Lighthouse, das ist in dem Browser drin, wenn wir jetzt hier die Webseite aufrufen, wird er mir wahrscheinlich hier nicht so einen geilen Score zeigen, man hat hier Audits und kann jetzt hier mit Lighthouse, kann ich jetzt halt hier testen, wie steht so den Quellcode, den ich da jetzt geschrieben habe, wahrscheinlich auf der Startseite nicht so toll, weil ich jetzt auch JavaScript mit Alert und sowas gebaut habe und der testet das jetzt Ganze nach verschiedenen Kriterien und wir haben jetzt eine Performance hier von 100%, unser Accessibility, das ist so diese User-Freundlichkeit, wo wir mit Kontraste und sowas testen können, wird getestet, das kann ich gleich mal am Beispiel eines Menüs zeigen, wo ich die Menüfarbe verändere in dem CSS und da meckert er nachher herum und sagt, okay, der Kontrast ist zu klein und das kann jetzt nicht jeder lesen. Ja, ich verwende jetzt hier kein HTTPS, lokal habe ich das nicht, aber das Schöne ist, ich kann das, was ich eben gerade im Browserfenster gemacht habe, ich habe mir hier in der Package.json Lighthouse als NPN-Tool runtergeladen und kann jetzt hier einfach über NPN, haben wir hier, das ist auch drin, wir haben hier einen Testordner, da haben wir so ein paar Tests drin, da sage ich, hier ist mein Lighthouse.js, du rufst jetzt mal bitte diese URL hier auf und führst ein paar Tests durch. Die Tests, die du machen sollst, stehen hier in der Lighthouse-Config-Sache drin und für lokal habe ich HTTP2-Tests, habe ich ausgeschlossen und das SSL-Test, weil ich habe im Moment lokal kein SSL-Tool und jetzt drücke ich hier einfach auf Lighthouse, jetzt läuft hier mein Test-Tool, läuft hier los und der testet jetzt alle Kriterien. Es kann natürlich jetzt sein, dass ich irgendwo einen Debugger an habe und dass er jetzt gerade irgendwo stoppt. Ja, ich weiß, warum er stoppt, ich hatte einen Alert drinne und das kann er jetzt gerade nicht bestätigen, deswegen muss ich das kurz abbrechen, muss in den Produkt, also gehe mal kurz in den Dev-Modus, weil ich will ja jetzt auch das Minifizierte und so was alles testen, gehe in mein Main.js, was ist denn jetzt los? So, so, kann ich auch hier drüber machen. Main.js, hau das hier raus, er generiert das, ich lasse aber den Produktionsmodus hier nochmal loslaufen und wenn ich jetzt, jetzt ist er gleich fertig, jetzt würde man auch in dem Deployment-Prozess den Lighthouse-Test machen, der läuft jetzt nämlich auch hier schön durch und der generiert mir jetzt in den Reports-Ordner mehrere Dateien. Ich habe da eine HTML-Ordner-Datei, ich habe hier ein JSON, wo alle Kriterien drinstehen, da kann ich richtig nette Sachen machen, er testet die ganzen Netzwerk-Protokolle, er testet, man sieht hier, welche Bilder werden geladen, welche externen CSS-Script, wie groß sind die, alles das steht in der JSON drin, das könnte man jetzt in seinem Deployment-Prozess auslesen, was wir jetzt aber einfach machen wollen, wir gucken uns einfach mal kurz das, was er generiert hat, hier in Chrome an. Dann habe ich hier so eine Seite, sehe meinen Score-Wert und da meckert er jetzt zum Beispiel in der Blog-Geschichte rum, Accessibility, mir fehlt hier irgendwo in der Blog-Geschichte viel mehr, ein Area-Tag fehlt mir und hier bei SEO habe ich keine Meta-Description in der URL. Jetzt könnte ich mich hier in dem Backend von der Seite, wo wir waren, könnte ich mich kurz anmelden und könnte dann über den, aber ich weiß gar nicht, welches Passwort ich genommen habe, es ist super vorbereitet. Ah ja, okay. und kann jetzt hier einfach bei Blog über die Meta-Description den ersten Test schon mal, schreibt er irgendwas rein, zack, drücke hier auf Speichern, gehe jetzt hier wieder über das Tool, sag, du läufst einmal durch und wenn er dann fertig ist, hat er die Datei ja wieder generiert und kann jetzt mir dann, wenn er damit fertig ist, hier refreshen und jetzt steht der Wert auf 100. Ich habe eine Meta-Description drinne und was wir jetzt mal spaßelhalber noch machen wollen, ist für die Accessibility, das kann ich nämlich relativ einfach zeigen. Komme ich mit der Zeit hin? Ja, ne? Genau. Also ich habe jetzt hier einen vernünftigen Kontrast im Moment von der Navigation drinne. Ja, ich weiß, dass meine Navigation in einer bestimmten CSS-Datei drinne ist. Ich kann mal kurz hier die Struktur zeigen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht lesbar, oder könnt ihr das? Das ist geht. Okay. Unter Application Components habe ich hier ja alles das, was wir mal so anlegen, was wir brauchen. Das ist in der Application, wo wir das alles initialisieren, sind die Sachen auskommentiert, die das Template nicht verwendet. Und wenn ich irgendwie was brauche und das reinschreibe, dann kommentiere ich das ein. Ich weiß aber, okay, die Main Navigation heißt Main Nav. Habe hier einen bestimmten Aufruf in meiner CSS-Datei. Das ist für jeden nicht vielleicht gerade so erklärlich, aber ich habe eine API, wo ich meine Variablen reinspeichere und dann kann ich die, wenn ich das SAS schreibe, ja, über einen bestimmten Aufruf, wo gucken wir hier, a-pin-color, hole mir die erste aus dem Color-Tag. Ich kann hier oben mehrere Color-Geschichten mitnehmen. Die erste ist das, die zweite ist dann das und die Main Color ist die Hover-Geschichte und Dark habe ich jetzt 18%. Und daraus machen wir jetzt aus dem Dark, die machen wir jetzt mal auf 1%, denn sollte meine Navigation, ach so, ich muss in den Dev-Modus reingehen, sorry, also wir müssen wieder NPN, Build Dev machen. Wunderbar. und jetzt kann ich hier, wenn ich da das drücke, dann sollte er mir die Seite hier eigentlich refreshen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier eine, ah ne, Primary und Main Color, klar, die Primary Color ist mein Rot, das ist der Hover-Effekt, deswegen muss ich den ersten anfassen und zwar den hier. Und zwar setzen wir den mal auf 1, dann dürfte die ein bisschen zu hell sein. Und wenn ich den Test jetzt wieder ausführe, ich gucke mal ganz kurz, was die für einen Testwert hat. Die ist jetzt, hat jetzt den Wert, ich kann die aber auch leiten. Ich kann auch jetzt hier leiten reinschreiben, so eine Helferklasse von uns. Man kann sagen, okay, du bist jetzt, mach die mal 70% heller. Ja, dann sehe ich zum Beispiel hier das gar nicht mehr und wenn ich jetzt den Lighthouse-Test wieder durchrotzen lasse, dann wird er jetzt gleich an der Accessibility rummeckern, weil der Kontrast, nicht gegeben ist. Und wenn wir jetzt hier reingucken und ich hier die Seite refreshe, dann ist der eine Score von der Accessibility und jetzt sagt er hier, der Kontrast von den ganzen Fenstern ist zu klein, beziehungsweise hat er das nicht angemeckert? Oder bin ich in der falschen Datei? Ja, muss ich gleich mal gucken. Aber normalerweise würdest du, würde er den Test jetzt durchlaufen und würde genau sowas testen. Und dann kann ich das in meiner Build-Pipeline reinsetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum er das jetzt da nicht drin hat. Ein bisschen blöd. Genau. Was wir auch machen können, wir können mit Code-Coverage, das ist auch ein Skript, was wir in dem Test drin haben. Ich mache mal hier das wieder kleiner. Wir verschließen das hier mal und gehen hier in den Testordner. Es gibt, kennt ihr der Puppetier? Puppetier ist ein Headless-Chromium oder ein Headless-Chrom, der eine Seite aufruft, die komplett rendert. Man kann die ganzen Netzwerk-Protokolle ausgeben lassen. Man kann die Sachen analysieren und da gibt es ein fertiges Skript. Da sagt man einfach, okay, du rufst diese, ich rufe eine bestimmte URL auf. Die habe ich hier in der Package-JSON oben einfach mal mitgegeben als Parameter. Ich habe hier Code-Coverage, setze hier meine URL, kann auch eine andere angeben und führe per Note das Code-Coverage-JS aus, was hier drin ist und der ruft dann meine Seite auf und prüft dann an der Stelle, wir können das ja mal hier ausführen, npn-code-coverage und jetzt geht er da durch, liest die ganzen Netzwerk-Protokolle aus. Jetzt sind wir im Dev-Modus. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Jetzt hat er im Dev-Modus durch die Source-Map rendert er jetzt jegliche Geschichten, alle SVGs, die ganzen Poly-Fills und so was, die liest er jetzt mit ein, weil er die mit aufschlüsselt. Das ist ein blöder Test, deswegen müssen wir den Dev-Prozess einmal abbrechen und natürlich den Produktionstest lokal einmal hier testen. Dann ist die Source-Map nicht mit drinne und dann haben wir in dem Code-Coverage, wenn wir das hier einmal vergleichen, Code-Coverage, sehr, sehr viele Dateien, aber standardmäßig generieren wir ja eigentlich nur eine JavaScript und eine CSS-Datei und unser Logo und wenn ich jetzt das Code-Coverage hier nochmal ausführen lasse, habe ich nicht mehr so viele Dateien, sondern nur noch meine CSS-Datei, mein eigentliches HTML-DOM und meine JavaScript-Datei. Und jetzt wird auch hier in dem Prozess analysiert, von dem CSS, was ich geschrieben habe, wie viel wird überhaupt abgedeckt auf meiner Startseite. Das ist jetzt hier auf der Startseite nicht besonders viel. Wenn ich jetzt im Code-Coverage in meinem Package-Json spaßeshalber mal die URL auf Block hinten ändere, slash Block und den Code-Coverage nochmal durchlaufen lasse, dann haben wir auch, ja 26 Prozent, ist auch nicht die Heide-Welt, was da abgedeckt wird. Also irgendwas habe ich in meinem CSS-Code drinne oder viel in meinem CSS-Code, was gar nicht verwendet wird auf meiner Webseite. Das ist so für Code-Coverage. Da kann man dann feststellen, wie viel wird abgedeckt. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel hier an dem JavaScript, ja 58 Prozent werden irgendwie abgedeckt. Das ist so ein kleiner Richtwert. Und so entwickeln wir. Das ist halt einfach echt. Ich schmeiße mir hier meinen Produktionsmodus an, rufe die URL auf und dann fange ich an einfach zu coden. Mein SAS wird komplett kombiniert, etc. Und wenn ich dann irgendwann mal fertig bin mit der ganzen Schose, ja, das ist der ganze Sinn der ganzen Geschichte, dann ist es so, dass ich per Git-Agnore den Dist-Ordner rausnehme aus meinem GitHub, also aus meiner Versionierung. Wir können uns das gerne hier einmal angucken. Ich habe das jetzt hier einmal aufgemacht. Und dann passiert nämlich Folgendes in unserem Deployment-Prozess. Man kann GitHub-Actions, das heißt, wenn ich das Projekt hier mal in GitHub aufmache, in GitHub gibt es seit vier Tagen für die meisten diesen Action-Tab. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal mit GitLab gearbeitet, Deployment-Prozesse, Body, ja genau. So, und es ist auf jeden Fall so, alles das, was wir jetzt hier lokal machen, ja, also ich drücke ja hier rauf, ziehe meine Dependencies runter, NPN install und dann sage ich ja auch hier NPN run build production-Modus, generiere mir das Ganze, das mache ich ja nur lokal im Moment. Ja, und ich will in dem Prozess, wenn ich irgendwas committe und mit mehreren Leuten dran arbeite, dann soll das irgendwo auf einer Deployment-Maschine passieren, die soll das Ganze generieren und wenn er das fertig generiert hat, soll er das aufs Live-System ziehen, soll am besten noch irgendwelche Tests machen und wenn die fehlschlagen, kriegt, was weiß ich, der Obermufti, der für das Deployment zuständig ist, eine E-Mail, wo dann noch drin steht, ey, da ist was fehlgeschlagen oder das passt nicht, gib mal denen, der für CSS zuständig ist, Bescheid, dass sein Skript, was er geschrieben hat, nicht passt. Ja, und ich habe es hier einfach mal runtergebrochen, ja, wir sagen hier in dieser YAML-Datei, das Ganze funktioniert in Docker-Containern, ich mache das hier mal ein bisschen größer, da sagen wir erstmal, okay, wie heißt unser Haupt, unser Action, wann soll diese Action ausgeführt werden und zwar im Push-Modus, wenn ich was hoch pushe zu GitHub und wenn es nur in dem Master-Branch drin ist, weil dann sollst du das auf die Live-Seite ziehen. Dann sagen wir hier unsere Jobs, der erste Job, den wir beschreiben, ist der Build-Prozess, dann sagen wir, okay, was brauche ich als Docker-Image, brauche ich ein Ubuntu von der letzten Version und dann sage ich hier, okay, wenn der Master ausgecheckt worden ist, dann nimmst du, wird ein Node-Server aufgesetzt in der Version 10, wird runtergeladen in dem Docker-File und dann läuft da einmal npn-stall runter, weil dann geht er in die Package-Daisen, lädt sich die ganzen Dependencies runter und wenn er damit fertig ist, führst du npn-run-build, wenn das Ding denn existiert, aus und wenn du damit fertig bist, lädst du das Ganze per AirSync auf unseren Server hoch und dann sage ich hier auf dem Server, wer mit AirSync schon mal gearbeitet hat, das läuft über SSH, da muss man dann halt ein Public Key, ein Private Key, ein Fingerprint ist das Ding von unserem Server, damit der automatisch durchgeschlüsselt wird und so, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ja, und wenn er damit fertig ist und das Ding ist durchgelaufen, dann kriege ich eine Slack-Benachrichtigung und diese Secrets, die ich hier angegeben habe, die kann man in GitHub in dem Repo unter Settings, unter Secrets ablegen, da speichert man dann seine ganzen Sachen rein, die ganze Host-IP, die ganzen Blödsinn und wenn ich jetzt hier spaßeshalber einmal reingucke, dann habe ich hier im Moment sieben Änderungen, ich habe an der Package-Daisen irgendwas verändert, das will ich jetzt nicht mitkummieren, ich habe da was verändert, das ist auch, also da gehe ich erstmal hin und mache jetzt folgendes, nehme das hier mal raus, die Änderungen will ich nicht haben, ich habe hier an der Setup habe ich eine CSS-Farbe verändert, ich habe es rot gemacht, dann habe ich hier meine Actions auskommentiert vorhin, habe hier in der Navigation was verändert und das will ich auch nicht mitkopieren, also ich sage jetzt erstmal hier, was habe ich überhaupt gemacht, ich sage hier, was weiß ich, ich change color und das kommentiere ich jetzt erstmal, beziehungsweise rufen wir mal schnell spaßeshalber unsere Seite auf, wir haben jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie wir die genannt haben, jddd, genau, das ist unsere jetzige Seite, ist ein stinknormales Joomla, wo noch nichts passiert ist, wir können auch gerne spaßeshalber einmal mit dem Terminal hier rauf gucken, über Tools kann ich mich hier einmal ganz kurz einwählen auf dem Ding, ach scheiße oder auch nicht, habe ich glaube ich in einem anderen Projekt drin, ich weiß nicht, ob ich das nicht noch offen habe, nee, zack, Open Resend, habe ich vorhin angelegt, Demo, ist jetzt ein bisschen blöd, sage jetzt hier über Tools, Start SSH, dann habe ich den hier drin, ach komm, genau, so, jetzt bin ich auf dem Server drauf und da habe ich einen HTML-Ordner Joomla und da ist mein explizites, ist meine Joomla-Struktur halt drin, und ich sage hier ja auch bei den HT-Access, ach, das sieht man hier jetzt an der Stelle, ich sage hier von unserem Workspace in dem Dist-Ordner, den haben wir ja per Git-Act nur ausgeschlossen, der ist immer leer, wenn wir das anlegen, den ersynkst du, ja, in den Deploy-Pass, in unserem Deploy-Pass steht jetzt HTML-HTML-HTML-Joomla, das sieht man hier, ich bin jetzt hier, HTML-Joomla, da sollst du das einmal eher, das rein synten, genau, und wenn ich jetzt hier die Änderung vornehme, und committe das Ding einmal, ja, ich bin auch gleich fertig, danke, ich committe das jetzt hoch, ich weiß nicht, wie schnell der GitHub-Action durchläuft, das ist ein bisschen lahmarschig bei Joomla, aber wir sehen jetzt hier an der Stelle, ich habe vor ein paar Sekunden mit dem Hash ein Commit-Message hochgepusht, könnt ihr das lesen, so, und in den Master-Branch, und wenn ich jetzt hier raufgehe, dann rödelt der jetzt los, und fängt an, unser Deployment anzuschubsen, ja, er startet jetzt den Job, fährt jetzt die jeweiligen Docker-Container hoch, genau das, was ich gesagt habe, er bildet jetzt erstmal die ganzen Docker-Container für Ersync-Master, Slack-Action-Master, und so weiter, und so fort, und hier unten, wenn er damit dann fertig ist, da ist GitHub noch nicht ganz so schnell, wir benutzen eigentlich einen eigenen Deployment-Server von Buddyworks, Enterprise kostet 180 Euro im Monat, und den hosten wir selber auf Hetzner, da haben wir noch wesentlich mehr Spielereien, aber ich wollte einmal mal zeigen, weil das ist kostenlos, das, was ihr hier seht, also GitHub-Actions, das ist kostenlos, und könnt ihr halt nutzen, der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass die Docker-Container, wenn sie fertig gebildet worden sind, auf GitHub weggeschmissen werden, und immer wieder neu gebildet werden, bei Buddy kann man die Sachen cachen, und dann dauert der ganze Deployment-Prozess nur 20 Sekunden oder sowas, und man sieht es jetzt hier, er lädt sich hier die ganzen, die ganzen Sachen runter, wenn er dann jetzt hier gleich mal fertig ist, normalerweise dauert der Prozess so zwei Minuten, und ich kann hier mal gerne noch schon mal schnell Slack hochfahren, damit wir dann auch gleich da eine Nachricht bekommen, ist auch schön, dass man jetzt hier schön unsere Dokumentation, alles, was wir hier reingeschrieben haben, sehen, zack, genau, also, jetzt läuft das NPN-Install los, da würde man jetzt das sehen, was ihr lokal erstmal machen müsst, ihr drückt NPN-Install, dann lädt er die ganzen Dependencies runter, das dauert glaube ich, 60 Sekunden, man sieht hier rechts, wie lange jeder einzelne Task gelaufen ist, und wie lange hier oben sowieso schon läuft, und jetzt zieht er sich hier die ganzen Dependencies runter, das war irgendwie für jemanden, der das noch nie gesehen hat, das ist so Magic irgendwie, aber er macht jetzt einfach, in der Package-Daisen habe ich reingeschrieben, was er sich runterladen soll, also, wenn wir uns das hier einmal angucken, habe ich gesagt, für das, was ich brauche, brauche ich Bubble, ich brauche, ja, Fuff-Icons generieren wir, wir haben hier den SAS-Loader, SVGs, Webpack brauchen wir, das lädt er jetzt gerade hier alles runter, und jetzt fängt er mit dem Build-Prozess an, jetzt hat er die ganzen Dependencies runtergeladen, und jetzt kombiniert er den Webpack, und, genau, und jetzt ersinkt er das Ganze, ist auch blöd, ich wollte eigentlich zeigen, dass der Ordnung leer ist, jetzt sieht man hier alles, was er jetzt gerade hoch schiebt, und, da, 17.02, ich habe eine, äh, Slack-Nachricht bekommen, und wenn wir jetzt hier, ähm, mal reingehen, das ist jetzt leider ein blödes Beispiel, ich hatte das nämlich schon ausgeführt gehabt, und wenn ich da jetzt mal rein, äh, Quatsch, doch, genau, wenn ich da jetzt mal reingehe, auf Erweiterung, Überprüfen, dann sehen wir jetzt alles das, was ich in meinem Build-Prozess, drinne habe, kann jetzt hier raufklicken, mir das installieren, kann jetzt hier auf Templates gehen, mein Template aktivieren, und habe im Frontend, mein Template, und wenn ich, ne, und wenn ich jetzt die Setup, ne, die wieder die Farbe verändern würde, ähm, ich weiß, es ist die letzte Geschichte, wir sind eigentlich auch gleich fertig, aber, das gleiche wäre jetzt nämlich auch, ich würde nämlich jetzt hier, äh, in der Setup-Geschichte, hier würde die Farbe zurück machen, und würde dann, das machen wir jetzt, da warten wir jetzt nicht ab, ne, aber normalerweise wäre es jetzt so, ähm, Color Blue, zack, ich kommete das Ding wieder, und genau das Ding, was wir eben gerade gesehen haben, und so lange drauf gewartet haben, auf GitHub Actions, ähm, würde wieder losrotzen, ne, also, es wartet jetzt einen Augenblick, und jetzt würde dann irgendwo hier wieder, da, ja, vor ein paar Sekunden, und dann geht wieder der Deployment-Prozess los, er generiert wieder alles, wir haben hier, in unserem, wenn wir uns hier den Seitenquelltext angucken, auf der Startseite, hier das ganze SVG, die ganzen, ähm, Geschichten, achso, hier, auch ganz interessant, ich habe vorhin Kick Clean Head hochgeladen, das Plugin, das können wir uns hier nochmal schnell, äh, aktivieren, weil wir ein bisschen Performance haben wollen, zack, aktivieren, gehe in den Einstellungen rein, sag, ey, das alles will ich gar nicht haben, das nervt sowieso wie Sau, ähm, außer wenn ich ein Protostar bin, soll das trotzdem rausgegeben, speichere das Ganze ab, und dann habe ich hier im Seitenquelltext, den ganzen Kram, den Joomla, äh, mit raushaut, habe ich dann ausgeschlossen, genau, dann haben wir noch ein Plugin für Imager, wo wir responsive Images machen, das was, wer war in Lukas drin, bei dem Beitrag von Lukas mit Bilder optimieren, da haben wir ein Plugin geschrieben, da passiert nämlich auch folgendes, wenn ich, das ist schon fertig, aber, na, also da haben wir auch, da gehen wir halt rein, generieren solche Bilder, und das Ganze machen wir in einem Override in unserem Template, und zwar in HTML, comContent, Category, haben wir, ähm, Block, Item, genau, und da machen wir folgendes, so holen wir uns das Intro Image, haben eine Klasse in unserem Plugin Imager, geben das Image mit, Intro Image, und dann können wir hier noch eine Proportion des Bildes mitgeben, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel mal auf 16 zu 9 setze, das abspeichere, und hier neu die Blogseite lade, dann sind die Bilder in einem anderen Format, in einem anderen Format, ich kann das nochmal schlimmer machen, 21 zu 3 glaube ich, na, oder auch nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das da, ob ich da jetzt gerade, achso, das geht nicht, weil ich in dem Source Ordner bin, und ich muss in den Dev Modus reingehen, weil er meine Änderungen noch nicht mit rüber kopiert hat, ich muss das erstmal anmachen, und wenn ich jetzt hier, äh, zu 2 rein speichere, dann kopiert er das erst rüber, und dann, habe ich, äh, und er generiert automatisch daraus die ganzen Images Sources, und so arbeiten wir, Fragen? Äh, also das, die erste Frage, die ich hätte, wäre, ich hätte es gerade gesehen, bei dir geht das in dieser, dieser Dev-Prozess noch voll schnell, ich weiß gar nicht, ob du mir das jetzt beantworten kannst, aber, es liegt ja bei mir daran, dass ich das mit scheiß Windows gemacht habe, oder weil ich halt, äh, zu viele verschiedene Sachen, in meinem Webpack-Contact drin hatte, die dann falsch kopieren, es geht auch recht lange, also manchmal bis zu 30, 40 Sekunden, bis der den Watch-Prozess macht, bin ich schneller F5 zu drücken, ja, es kommt darauf an, was du benutzt, ob du GALB, oder sonst was benutzt, oder das von, ja, oder Webpack, ähm, da kommt immer darauf an, wie viel da generiert wird, und wie du deine Ordnerstruktur aufgebaut hast, und wie viel dein Rechner für eine Web-Performance hat, aber man hat jetzt gerade gehört, äh, Bild-Prozess ist durch, wenn ich jetzt hier auf die Live-Seite gehe, ähm, dann ist die jetzt blau. Und die zweite Frage wäre, also, äh, die beiden Sachen, die du in den Test-Ordner drin hast, die sind jetzt nicht in den Node-Modules drin, aber die hast du selber gebaut? Die habe ich selber gebaut, ja, genau, Code-Coverage und so, das habe ich selber gebaut. Genau, ja, 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 I don't delete the complete template folder, so it's not a problem, uh, when I, uh, you mean when I go to the live, uh, Website here, templates, override and create, aha, also, äh, er hat gerade gefragt, ob ich jetzt, wenn ich ein Override-Seite habe, anlege, ähm, wie ich das mittracken, ja, das Problem ist, ich habe keinen Weg vom Live-System zurück auf meine lokale Umgebung. Wenn ich das mache, dann mache ich es lokal, ja, also, da sollte kein anderer da irgendwie rumfummeln, dann gehe ich hier rein, in meinen Template-Ordner, würde das jetzt hier anlegen und würde mir dann die Dateien aus dem Dist-Ordner rüberziehen in meinen Source-Ordner, also, ich würde nicht, ähm, na, also, ich würde jetzt hier, Kicktemp, auf die Templates-Geschichten hier reingehen, äh, zack, und dann gehe ich ja hier über auf Overrides und würde mir ja jetzt dann hier, was weiß ich, vom Confinder hier was anlegen, dann hätte ich jetzt hier in meinem Dist-Ordner, äh, in dem Template-Ordner ein Override von Confinder, das müsste ich mir jetzt hier einmal nehmen, gehe hier in den Source-Ordner rein und, äh, kopiere mir das da rein. Weitere Fragen? Das war aber, glaube ich, ein bisschen viel, ne? Ja, schuh, cool. Danke. 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 Vielen Dank.